Sie haben die Sommerferien im vergangenen Jahr am Schwarzen Meer verbracht und damals haben Sie eine junge Deutsche kennengelernt, mit der Sie E-Mail-Kontakt haben. Zu Ihrer Reisegruppe gehörten damals auch zwei Landsleute von Ihnen, Susanne und David, die Sie vor kurzem in Ihrer Heimatstadt besucht haben. Schreiben Sie Ihrer deutschen Freundin eine E-Mail und gehen Sie auf folgende Punkte ein. Ihr Besuch bei Susanne und David in Lyon Was Susanne macht Was David macht Bettina, die kleine Tochter von Susanne und David Ihr neues Hobby Entschuldigen Sie sich bei ihm für die späte Rückmeldung. Erzählen Sie ihm von Ihrer neuen Arbeit. Schlagen Sie ihn vor, Sie einmal zu besuchen. Lösungsvorschlag Liebe Monika, vielen Dank für deine letzte E-Mail. Es freut mich sehr, dass du wieder gesund bist. Letztes Wochenende habe ich Susanne und David besucht. Erinnerst du dich noch an die beiden? Sie wohnen jetzt in Lyon. Susanne steht kurz vor ihrem Examen. David arbeitet immer noch bei der Bank, aber er sucht eine andere Stelle, denn die Arbeit gefällt ihm nicht mehr. Die beiden haben ein kleines Töchterchen, das fast ein halbes Jahr alt ist. Die Kleine heißt Anne und ist sehr süß. Aber sie kann auch ganz schön schreien. Es war ein schöner Tag und ich soll dich herzlich grüßen. Übrigens, ich habe ein neues Hobby. Ich habe mir ein gebrauchtes Surfbrett gekauft und lerne jetzt Windsurfen. Das macht viel Spaß, ist aber nicht ganz einfach, weil der Wind am Meer oft sehr stark weht. Ich hoffe, ich sehe dich bald wieder in meiner Heimat. Viele liebe Grüße, dein André. So, das war es dieses Mal wieder mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Vergesst nicht, ein Like da zu lassen. Einmal unten einen Kommentar da zu lassen. Ja, was hat dir besonders gefallen? Und vor allen Dingen die Benachrichtigungsglocke zu aktivieren, dass du keines unserer Videos verpasst. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.